Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More nach einer zweiwöchigen Pause oder einwöchig, ich glaube zweiwöchig war es sogar, die ich ein bisschen mitverfolgt habe. Was, wir hatten Pause? Was? Wir hatten Pause? Ja, wir hatten zwei Wochen Pause, ich habe es echt nicht geschafft, ich habe es noch versucht. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht und von welcher Generation ihr kommt, aber manchmal vermisse ich diese guten alten Rohrstockzeiten, ne? Alter, du weißt genau, dass ich die letzten drei Wochen komplett nur am Eskalieren und Stress war, ich hatte letzte Woche noch überlegt oder mal eine Stunde Zeit mal ganz kurz und habe echt noch überlegt, ob ich noch eine Folge, Einzelfolge mal schnell rausnehme, aber ich habe es echt zeitlich, nervlich überhaupt nicht gepackt, aber jetzt wieder normal am Start und es regelt sich so langsam alles wieder in meinem Leben. Ich habe jetzt langsam wieder, ich komme in meinen Rhythmus rein, jetzt geht noch wieder YouTube und alles los, aber die letzten, ich sage dir echt drei, vier Wochen, Katastrophe, einfach Katastrophe, deswegen, wie gesagt, gab es jetzt, glaube ich, eins oder zwei Wochen, ich glaube, es war sogar nur eine Woche Pause, weil wir noch ein bisschen hervorproduziert hatten, aber heute endlich wieder am Start, mit René am Start, den habt ihr schon gehört, weil er sich über mich hier aufgeregt hat und, um es auch noch off-topic zu sagen, ich schulde René noch zehn USDT. So, das ist jetzt hier im Podcast jetzt vermerkt, die kriegst du auch noch. Es gibt Zeiten, da vermisse ich die Rohrsteine. Ach Quatsch, das steckt nur. Du weißt, ich mache das manchmal nur, um so ein bisschen Humor und Fun in die Folgen reinzubringen. Ist ja Männerfreundschaft, Männerfreundschaft. Richtig. Ihr kennt das. Deswegen, nee, nicht Wettschul. Bester Freund. Bester, bester Freund. Oh. Bester Freund EU-West. Verpennt die zehn USDT. Ja, die zehn USDT kriegst du noch. Was würde Ron Belecki jetzt dazu sagen? Weiß ich nicht. Die piss ich. Ist okay, Freunde. Wir hören auf. Wir hören auf. Es ist zu mir leid. Das ist ein bisschen zu vulgär. Und nein, du kriegst deine zehn USDT. Und ich habe vorsorglich schon mal gestern oder vorgestern auf Instagram, also gerne auch auf Instagram, uns beiden Folgen. Kann ich auch mal unten in die Linkspalte passen bei YouTube und sowas. Habe ich eine kleine Umfrage gemacht. Was heißt Umfrage gemacht? Ich habe euch gefragt, welche Fragen ihr an uns habt. Thema einerseits Selbstständigkeit. Generell so ein bisschen Fragen. Natürlich auch Kryptofragen und sowas. Und die werden wir jetzt heute und auf jeden Fall auch in der nächsten Folge, weil sehr, sehr viele Fragen möglich kamen, werden wir diese jetzt behandeln. Und die erste Frage, ich werde keine Namen dazu vorlesen. Ich finde das immer ein bisschen, weil die Fragen ja anonym gestellt werden. Deswegen will ich das auch hier anonym beibelassen. Es geht ja auch teilweise keinem was an und vielleicht kann man Namen rückverfolgen und sowas. Das möchte ich nicht. Deswegen, die erste Frage war, eure Meinung zu XRP würde mich interessieren. Seht ihr langfristig dreistellige Preise? Moon-Prognosen gibt es ja viele. Ja, was sagst du zu XRP? Also für mich, ganz ehrlich, ich vertrete immer so die Meinung, verlieb dich nicht in einen Invest. Und XRP ist eigentlich so dieses beste Beispiel dafür, dass sich viel zu viele Leute auf einen Coin spezialisieren, beziehungsweise da wirklich jeden Blödsinn meiner Meinung nach glauben. Beziehungsweise, dass XRP an sich so ein Thema ist, du kannst kein richtig und falsch sagen. Deswegen, man geht ja immer davon aus, okay, wenn XRP mal wirklich massentauglich ist, kann es ja auch mal werden, das ist mal so das andere. Aber man hört ja da wirklich Moon-Prognosen. Und das war ja auch so mit in der Frage. Okay, kurzer Einschnitt, stopp. Magst du mal kurz für Leute erklären, was XRP als Projekt macht? So, ich zum Beispiel, ich dulli nur technische Chartanalyse, ich habe ja keinen Plan. Du, ich habe davon auch keinen Plan, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich weiß nur, dass XRP... Hops genommen. Hops genommen, ja. Ich habe mich ganz ehrlich, weil mich XRP auch ehrlich gesagt null interessiert. Dazu stehe ich auch. Mich interessiert XRP überhaupt nicht, weil ich da genauso wie du denke und es einfach nur charttechnisch sehe. Ich habe wahrscheinlich mit vielleicht einer Handvoll Projekten, wo ich überhaupt einen Plan wirklich tiefergehend davon habe, was die überhaupt machen, weil ich das einfach charttechnisch unterlege und weniger mit Fakten basiert. Aber im Endeffekt soll es hier ums Zahlungsnetzwerk gehen. Alle Zahlungen sollen dann über XRP billiger sein, weil wir wissen ja auch, die normalen Euro-Überweisungen, das ist ja nicht kostenlos, was auf dem Geld, auf dem Bankkonto ankommt, sondern es kostet ja im Hintergrund auch ein bisschen Geld. Und das soll XRP im Endeffekt billiger machen und alles soll darüber laufen, auch zukünftige CBDCs und was weiß ich was. Und die BRIC-Staaten sollen sich ja auch angeblich damit beschäftigt haben. Also so die großen Länder, ich glaube Brasilien, China, Russland und was weiß ich, was da noch für Länder drin sind, sind ja die BRIC-Staaten. Und ich halte aber auch ehrlicherweise, Chartanalyse technisch, halte ich nichts von solchen Moon-Prognosen. Langfristig, ganz ehrlich, wäre es überhaupt mal sinnvoll, das alte All-Time-High einerseits rauszuklatschen. Und so viel ich weiß, haut XRP oder XRP Labs, glaube ich, also die Firma im Endeffekt dahinter, jeden Monat, glaube ich, eine Million Coins auf dem Markt. Und das ist noch lange nicht das Ende. Und das heißt, es ist erst mal komplett inflationär, meiner Meinung nach. Und wir stehen, glaube ich, momentan so knapp bei 60 Dollar Cent, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder hast du es gerade mal ganz kurz im Blick? 55,1. Ja, okay, sogar unter 60 Dollar Cent. Und für mich war damals schon, wo diese SEC-Klage so auch dann angeblich ja entschieden wurde, wo aber klar war, dass die wieder in Schwierigkeiten kommen, wo jeder dann 1 Dollar geschrien hat, bin ich ja, glaube ich, bei 89 US-Dollar Cent rausgegangen. Das kann man sogar in der Gruppe. Da habe ich mich richtig unbeliebt dabei gemacht. Übel unbeliebt gemacht, wo ich dann gesagt habe, ey, Leute, ich verkaufe jetzt, glaube ich, 50 Prozent meiner XRP bei 89 US-Dollar Cent. Habe, glaube ich, den Post auch in meiner Signalgruppe drinnen gemacht. Und dann so, oh, wie kannst du nur, wir gehen safe auf einen Dollar. Und was ist passiert? Der Chartverlauf war einfach danach des Todes und wir sind komplett einfach abgekackt und so. Und jeder dann so, wir gehen wieder einen Dollar und so und nur Noobs verkaufen und sowas. Also, ah, XRP ist echt so ein Thema, da kannst du dich mit Leuten komplett drüber streiten. Ich bin dann auch aus einer XRP-Gruppe geflogen, ne? Weil ich geschrieben habe, ich habe es euch doch gesagt. Bester Freund EU-West. Ja, nein, Quatsch. XRP, meine Prognose aktuell ist, ich sage, maximal sind 12, 13 Dollar ungefähr drin. Und das halte ich schon für sehr hoch gegriffen. Tendenziell ist dahinter so ein bisschen die Überlegung, dass wir zwei sehr große One-Two-Setups haben. Und innerhalb der aktuellen Welle 3 sollten wir ein sich aufbauendes 1, 2, 1, 2 haben, wenn es aufgeht. Das wäre die aktuell... Wie bitte? Bis wann siehst du das? Zeitdimensionen, technisch kann ich dir nichts dazu sagen unter Elliot. Keine Ahnung. Weil das finde ich schon heftig. Das ist einfach... Sie ist auch groß, das ist auch der Extremfall. In der Regel peile ich erst mal 3,20 bis 3,90 an. Nur da wir jetzt gerade auch schon bei Moon-Prognosen waren, ist mein höchstes Target, was ich so einpeile, 12, 13 Dollar ungefähr. Das ist so wirklich, wo ich sage, dann sind wir auch schon am 6, 6, 1, 8 da. Und da wir es ja von Kryptos kennen, sie können nach oben hin innerhalb der Welle 3 massiv explodieren. Da habe ich mir gedacht, komm, ist es hoch, nennst du mal als erstes das so. Das ist relativ hochgeriffen. Das reguläre Ziel der Welle 3 ist das 1, 6, 1, 8 da bei 3, 20. Ein paar halte ich. Ich bin ja auch in einer relativ privaten Trading-Gruppe drin, sage ich mal. Beziehungsweise ich habe einen und ich bin auch in ein, zwei anderen drin. Und in einer, da sind die auch so ein bisschen XRP geil für die Zukunft und die investieren da auch drin. Haben auch ein paar sehr interessante und plausible Sachen dazu erklärt. Vorher war ich auch gar nicht in XRP drin. Ich wollte mich aus dem Thema komplett aufgrund der ganzen Debatten eigentlich raushalten. Einfach weil ich möchte so kein bisschen kreuzfeuer. Ich bin wirklich dieser friedliebende Mensch. Kein Bock auf Beef, gar nichts. Will ich nicht. Gebt mir am Arsch vorbei. Können die alle machen? Ich nicht. Jeder, der XRP kaufen möchte, kann sie kaufen. Und da die das in der Gruppe auch relativ gut erklärt haben, wie es so ein bisschen funktioniert. Ich kann es jetzt in keinster Weise wiedergeben. Da habe ich mir gedacht, komm, investierst du da ein bisschen was. Keine großen Summen. Es ist nur ein dreistelliger Betrag, kann ich sagen. Aber den lasse ich einfach da rumbümpeln. So und habe mir gedacht, gehe ich unten rein. Ist passabel drin. Wunderbar, lasse ich liegen. So ab 3,20 Dollar oder wahrscheinlich sogar 2 Dollar hole ich meinen Investor aus und dann einfach fliegen lassen. So Top-Anzeichen werden kommen, ob beim Bitcoin oder bei anderen Coins. Und dann bin ich wieder draußen und mit keinem verheiratet. Da um Geld zu machen. Ja, finde ich gute Einstellung. Ich bin ja auch in XRP drin und sowas. Ich glaube, meine nächsten Einkaufszonen, die ich so ein bisschen mitgeteilt habe, waren, glaube ich, 30 und 40 Dollar Cent, die wir, glaube ich, jetzt auch letzte Woche, glaube ich, bei dem kurzen Dip, da müssten wir, glaube ich, sogar einmal reingedippt sein, da in Richtung 40 US-Dollar Cent. Wenn du gerade einen Chart offen hast. Ja, erzähl weiter. Ich gebe jetzt gleich kurz den Frau. Auf jeden Fall, das sind so meine nächsten Einstiegsungen. Ich bin drin. Für mich ist das aber auch so eher langfristig. Also ich habe meinen Einsatz sowieso schon raus. Das war damals, wo wir auf 90 US-Dollar Cent gestiegen sind nach den SEC News. Für mich prognosentechnisch, ey, ganz ehrlich, 3 Dollar, glaube ich, müsste, ich glaube, das stimmt mit deinem überein mit dem 1,618, da wo du gemeint hast, 3,20 Dollar oder so rum. Habe ich auch im Hinterkopf. Das ist für mich jetzt dann erstmal so Bullrun-Ziel. Alles, was danach kommt, finde ich ein bisschen schwer einfach einzuschätzen. Jetzt schon so Moon-Prognosen zu machen mit 100, 500 Dollar oder sonstiges, finde ich einfach viel, ja, viel zu Fanboy-lastig. Ich lebe einfach so nach dem Satz, verliebt euch nicht in euer Invest. Investiert in das, wovon ihr in Anführungszeichen Ahnung habt oder charttechnisch halt was davon haltet. Aber verliebt euch nicht in dieses Investment einfach rein, weil das kann katastrophal werden. Dann haltet ihr es bis zum Gehtnichtmehr, was auch die meisten XRP-Maxis da draußen auch natürlich dann machen. Und es ist denen ihr gutes Recht, ich will mich da nicht einmischen oder sowas. Aber von meiner Seite gibt es einfach den Tipp, verliebt euch nicht in euer Invest und behandelt jedes Invest wie ein Invest und nicht wie eure Frau, die ihr heiratet, so in der Art. Ja, finde ich gut. Ich meine, es kann richtige Kracher geben, hat man an GLQ oder Singularity Net. Eins von den beiden müsste es sein gesehen, 52X in einer Position, das war echt absoluter Knaller. Ja, aber ansonsten, wenn ihr irgendwelche Lieblinge habt, packt da ein bisschen was rein, lasst es liegen, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Bei mir ist es so ein bisschen Star Atlas, sage ich. Da habe ich irgendwie ein Fable für Multi-Penny-Stock-mäßig, High-Risk, ist nur eine In-Game-Währung in dem Spiel, aber ein bisschen was reingepackt liegen gelassen. Und dann schauen wir mal, ihr müsst es ja nicht auch komplett streichen, das möchte ja auch keiner sagen, es gibt doch diesen Mittelweg, den ihr da gehen könnt. Das war übrigens auch noch eine Frage, ob wir irgendwelche, in Anführungszeichen, Geheimtipps, also No Financial Advice bei der Stelle für alles, was wir jetzt sagen, ob wir irgendwelche Geheimtipps haben für den nächsten Bullrun, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind. Hast du da irgendwas auf dem Schirm, wo du meinst, könnte nächsten Bullrun oder jetzt in diesem Bullrun besser gesagt explodieren oder so ein bisschen, ja, mehr steigen als jetzt, sage ich mal, diese Standard-Coins, wie jetzt beispielsweise Bitcoin, Ethereum, XRP? Nur Kryptowährungen oder Aktien? Wir können das auch gerne aufteilen, aber ich würde jetzt erstmal Kryptowährungen machen und danach können wir gerne auch nochmal über Aktien reden. Also wir können heute gerne so ein Business-Talk machen. BA-I-Coins finde ich aktuell sehr, sehr stark. Render finde ich noch völlig in Ordnung, auch wenn viele denken, boah, der ist ja schon übel gepumpt. Man liest es ganz selten in Büchern, aber das, was gut bis sehr gut performt, sollte man in der Regel auch mal nachkaufen. Ich habe das, glaube ich, nur in zwei oder drei Büchern gelesen, wobei ich mir jetzt ein Dutzend überflogen habe, von daher kommt das nicht häufig vor. Das klingelt da so ein bisschen bei mir. FET finde ich sehr interessant aktuell noch dazu. Onos ist auch so ein bisschen einer meiner Dinge, wo ich denke, die Mehrheit unterschätzt es absolut. Ich denke, es schlägt ein, die sind in der Formel 1 mit Werbung unterwegs, sowieso die ganze Kryptos-Szene eigentlich in der Formel 1. Das ist geisteskrank, da müsst ihr mal darauf achten. Formel E vor allem. Formel E auch, genau, danke. Ansonsten, ich, Arbitrum oder wie hieß der andere, Arbitrum oder Aptos, einen von beiden finde ich auch noch sehr gut. Einer, der andere ist so ein bisschen mir zu heavy abgecrashed, so ich sage, den würde ich liegen lassen, ich weiß gerade nicht genau welchen. Ansonsten, VeChain, VTHO würde ich noch sagen, wobei VeChain auch schon relativ gehypt ist und ich glaube, jetzt habe ich auch schon relativ viel zusammen. Okay, einen Underdog habe ich noch, Kavala. Was? AVA, Kavala. Was ist das? Okay, wusste ich, dass das kommt. Sehr gut. Das ist im Grunde eine Internetplattform, auf der Reisen verbucht werden, Hotels und, und, und. Und du kannst dann mit Kryptowährungen bezahlen, mit Krypto.com, wobei du mit der Krypto.com als Debitkarte eh überall bezahlen kannst, auch online. Die haben einen eigenen Coin, finde ich sehr interessant. wird, denke ich, hat auch, glaube ich, keiner auf dem Schirm, finde ich aber sehr cool, weil es auch so ein bisschen diesen Real Estate Feeling hat, sage ich mal. Ja, sagen wir, wir sind durch. Chainlink ist, denke ich, auch relativ bekannt. Ja, Chainlink ist auch auf dem Schirm. Aber so generell RWA Coins, also Real World Assets, wie sieht es da bei dir aus? Gar nicht in dem Thema drin, oder? Gesundheit. Also gar nicht drin? Nee, überhaupt nicht, leider nein. Weil das ist für mich, macht so mit momentan so ein bisschen am meisten Sinn. Ich bin bei dir mit AI, wobei wir da auch schon den Hype hatten, aber AI geht immer, also immer irgendwie noch weiter voran, da kann immer sich mehr tun. Vor allem jetzt auch mit der Konstellation, dass ja, glaube ich, abgestimmt wurde. Fetch AI und noch zwei werden ja fusionieren. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen, aber ich weiß gerade leider auch nicht, welche. Ich weiß die anderen zwei jetzt auch gerade nicht. Auf jeden Fall war es Fetch AI und noch zwei Unternehmen, die dann ein gigantisches Unternehmen machen im Kryptospace, was ich aber sehr befürworte sogar. Natürlich, nach Market Cap wird es dann ein Riesenprojekt werden, was dann vielleicht nicht mehr die Riesen X macht, aber vom Entwicklungsstand her kann es extrem groß dann werden. Aber das muss man dann erstmal abwarten, was sich da noch tut. Guter Schritt, dass wir es jetzt noch gemacht haben und nicht am Ende vom Bullrun. Also marketingtechnisch eigentlich gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, Real World Assets, das ist für mich immer noch so, weil halt richtige Gegenwerte aus dem normalen Space, also aus dem alltäglichen Leben so halt dahinter sind. Und da habe ich vor allem, aber da habe ich Rio, habe ich schon vor knapp einem Jahr gecallt, glaube ich. Rio hat, glaube ich, mittlerweile schon 20 oder 25 X gemacht oder 50 X waren es sogar. Eins von beiden, aber hat immer noch eine Market Cap, 120 Millionen. Soil habe ich noch, so Real World Asset-mäßig. Chainlink kann man auch da drunter zählen, so ein bisschen. Und ansonsten, das sind eigentlich so meine Low Caps, sage ich mal so, Tipps. Ansonsten, Bullrun wird wahrscheinlich so ziemlich alle steigen. Zumindest fundamental gute Unternehmen bzw. Projekte-mäßig. Es ist immer schwer, da immer so ein paar rauszupicken. Ich bin schon bei einigen, wo du jetzt auch gerade erzählt hast, deswegen werde ich die jetzt auch nicht nochmal aufzählen. VeChain zum Beispiel hat auch noch keinen richtigen Runets gehabt in den letzten Monaten, meiner Meinung nach. Ich glaube, hat nur 1X oder sowas gemacht. Aber das sind halt so Projekte auch, die schon seit Jahren überleben, die auch meiner Meinung nach in jedes Portfolio zumindest so beigemischt werden sollten. Ansonsten, wenn euch Real World Assets interessieren, geht mal auf CoinMarketCap. Da könnt ihr nämlich auch, ja, raussuchen oder euch die großen Themen raussuchen, wie Real World Assets, AI und sowas. Und da könnt ihr euch alle Projekte, die mit dem Thema irgendwie zu tun haben, könnt ihr euch da mal rauspicken und die, wo euch interessieren, auch mal ein bisschen dann euch näher mit beschäftigen. Also kann ich nur als Tipp mitgeben, die Kategorien bei CoinMarketCap da rauszuwählen. Und Zwecks, willst du noch was sagen? Ja, zum einen, lass uns gegebenenfalls, oder auch als Vorschlag für euch da draußen, lass uns daraus vielleicht eine eigene Rubrik machen. Lass uns das mal öfter machen. Über Coins reden, die underrated sind in der aktuellen Situation oder überkauft sind. Also ich glaube, das könnte auch sehr interessant sein. Gebt gerne mal Feedback. Ansonsten, ich habe noch eine Rubrik, die ich gerne in den Ring werfen möchte, wo ich auch denke, dass sehr viele es unterschätzen. Es ist allerdings auch, sage ich mal, ein sehr großes 50-50-Ding. Es kann entweder dieser Smartplay schlechthin sein, womit man am Ende richtig abräumt, oder das Ding ist tote Hose. Mein Call dahinter ist die ISO-Finanzcoins-20022. Angefangen über QNT, Cardano, Jota, XLM, XRP, HBAR, XDC, Algo und XVG. Das ist so ein Ding, das würde ich gerne mal einfach in den Raum werfen. Ich weiß nicht eins zu eins, was sie machen, allerdings denke ich auch, dass sie einige wirklich unterschätzen. Ja, das Ding ist, was ich mir da aber schon gedacht hatte, wir hatten auch da, ich meine, wir sind auf YouTube unterwegs. Wir kriegen das ja mit, mit den Ersten, die das da immer so mitkriegen, da war halt auch schon ordentlicher Hype gewesen. Also mit diesem ganzen ISO-Coins, oder es sollte ein Hype kommen, der bis heute nicht gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Hype wirklich, wenn CBDCs wirklich spruchreich sind, und wir wissen, CBDCs werden kommen, meiner Meinung nach nach dem Bullrun, also so erst 2025, 2026, und dann glaube ich, könnten diese Coins sehr, sehr interessant werden, wenn die CBDCs wirklich fix sind, es kommuniziert wird nach außen, und dann kann ich mir vorstellen, dass die richtig durch die Decke gehen. Aber da bin ich echt vorsichtig, kenne ich mich zu wenig mit aus, aber für mich persönlich, ich bin auch in ein paar drin. Wie gesagt, XRP, HBAR sind auf jeden Fall in meinem Portfolio drin. Aber kann sein, dass diese Zeit dann wirklich erst nach dem Bullrun kommt, möglicherweise. Ja, aber das ist so ein Punkt, auf den spekuliere ich. Da bin ich bereit, reinzugehen. Da sage ich, das Geld ist mir egal, ich butter das da rein und lasse das einfach liegen. Ich habe sogar in zwei, drei oder vier Positionen sogar gehebelte Positionen bei denen auf. Wirklich, wo ich noch sechs Orders offen habe, nach unten hin, ratatatan, da alle drin, bumm. Die nehme ich weg. Und ich habe sie gerade mal charttechnisch, bin ich sie gerade einmal kurz auf dem Tagesschart überflogen. Man muss sagen, die Kollegen sehen eigentlich alle auch gar nicht so stark katastrophal aus. Nee. Ich finde sie eigentlich eher positiv überraschend, wenn ich mir das gerade einmal so angucke. Ja, also die sind eigentlich relativ stabil und erholen sich auch relativ flott wieder. Also das sind für mich immer so Dipkäufe. Wenn es wirklich mal Bitcoin-Riesenkorrektur macht, dann werde ich da auf jeden Fall immer ein bisschen nachkaufen. Das ist halt wirklich etwas Langfristiges. Das ist in sich sowas, wo ich jetzt denke, okay, einen Monat rein und dann gehst du sofort wieder raus. Nee, das sind so langfristige Positionen, die man so aufbaut, finde ich. Habe ich sowieso häufiger. Also eigentlich quasi fast nur. Ich lasse eigentlich konstant gehebelte Positionen oder irgendwas zwischen 18 und 56 Stück oder so laufen. Konstant. Allerdings auch über Zeiten hinweg, dass es, keine Ahnung, ist halt drin und dann hast du halt nichts zu tun. Und in der Zeit liebst du Daytrading. Egal, wir müssen weiter mit Fragen machen, wir nehmen uns zu viel Zeit. Nee, das ist ja auch eine wichtige Frage, meine ich. Also ich meine, wir reden jetzt hier über auch Krypto. Und du wolltest noch über Aktien. Ich meine, jetzt sind wir eh in einem Thema drin. Jetzt können wir auch darüber noch ein bisschen quatschen. Klar, bin ich auf jeden Fall bei dir. Hast du Top-Aktien-Calls? Für einen Bullrun, also wenn wir das noch ein bisschen auf Krypto-Bezug machen, bin ich auf jeden Fall bei Coinbase drin. Also Coinbase für mich auch so eine Dip-Aktie. Wenn Krypto dippt, dippt meistens auch Coinbase. Kann man echt geil im Chartverlauf eigentlich nachfahren. Und vor allem jetzt mit den ETFs und sowas bin ich bei Coinbase relativ bullish und bin ich auch investiert. Und das läuft bei mir auch zum Beispiel auf Sparplan. und Mining-Unternehmen. Aber das sind so Dinger, die sind wirklich so Bullrun-gedriftet, würde ich jetzt einfach mal sagen, beziehungsweise Bullrun-getrieben. Die halte ich, solange ich denke, der Bullrun geht noch weiter. Weil ich glaube, danach werden wir sowieso einen Einbruch sehen. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Mhm, ist okay. Und abseits von Krypto? Abseits von Krypto. Ganz kurz in mein Portfolio rein. Also ich habe viel ETFs halt. ETF vor allem China. Das bei mir, ja. Ja, guck nicht so. Ich bin, äh, längerfristig bin ich in ETFs drin. Aber so Standard. MSCI World, MSCI India und MSCI China. Das sind so meine drei. Ja, ist okay. Wie bitte? Ja, ist okay. Du bist dann eher so ein bisschen im Vergleich zu mir eher der noch sicherere Typ. Ja, also ich bin, was Aktien anbelangt, das ist für mich in Anführungszeichen ein bisschen Rentensteigerung irgendwann mal. Oder halt einfach so, damit das Geld nicht rumliegt. Da sind ETFs meistens die, wo jetzt nicht so stark fallen, beziehungsweise auch nicht so mega volatil sind. Deswegen für mich ETFs langfristig auf jeden Fall gesehen. Also es ist jetzt nichts, wo du schnell Geld machst. Aber ich sage mal so, im Schnitt kriegst du ja deine 8% grob im Jahr besser als das Geld zumindest auf der Bank liegen zu lassen. Weißt du, das ist so ein bisschen mein Ding dahinter. Ist aber auch nur ein Bruchteil, sage ich jetzt auch mal, von meinem Krypto-Portfolio. Also es ist wirklich nur ein Bruchteil. Ansonsten hast du schon recht mit Big Five. Also mittlerweile ist Coinbase sogar meine größte Position, weil die 120% im Plus ist mittlerweile. Durch jetzt eben die letzten Monate. Amazon, Google, also Alphabet, wie du sagst. Apple, Microsoft. Es sind halt so diese Standarddinge. Allianz habe ich drin, wegen guter Dividende. Palantir. Allianz wegen guter Dividende. Leute, merkt euch den Call. Finde ich super, den merke ich mir. Danke. Kuss. Bitteschön. Ja, Palantir umstritten, aber hat mir jetzt auch, ist mittlerweile auch über 100% im Plus. Also auch ein guter Brainer. Ja, ansonsten, ich habe nicht viele Einzelaktien. Ich bin viel in ETFs, sowas wie Global Water, was du mir damals mal empfohlen hast und sowas. Uranium, wegen Atomkraft, weil überall Atomkraftwerke. Das sind so meine Standarddinge halt einfach im Portfolio. Und, wenn mich jetzt vielleicht viele hassen da draußen, Paypal ist immer noch bei mir, aber das hat 25% Minus. Aber ich glaube immer noch an die Idee von Paypal. Ich bin einer der Aktionäre, der das weiterhin durchhält. Finde ich gut, finde ich gut. Es sind viele interessante Sachen dabei. Mein Call dahinter ist... Das sind kleinere Dinge, aber die lese ich jetzt nicht alle vor, dafür wird es zu lange dauern. Ja. Chinamarkt bin ich, sage ich mal, auch Hang Seng-Markt unterwegs. Allerdings auch gesamter Index interessiert mich da nur. Viel tiefer möchte ich da in der Regel eigentlich nicht rein. Einfach, weil er komplett unten ist. Der MACD sieht im Vergleich zu den amerikanischen Indizes völlig in Ordnung aus. Wenn das Ding abgeht, sich verdoppelt, verdreifacht, schmeckt. Sage ich mal, nehme ich mit, auch langfristig gedacht. Ansonsten, Palantir, klar, bin ich auch, sage ich mal, mit dabei. Ansonsten finde ich noch sehr interessant. Es sind allerdings sehr kleine Positionen bei mir. Shell und Exxon Mobile. Große Ölgiganten. Leute werden es vielleicht auch haten. Für mich ist das Business, dass es Geld machen, ist mir egal. Ja. Man denke, ich hatte auf jeden Fall noch Zukunft. Ansonsten, wie du es eben schon hattest, America, American Water Works Company, Sulem, beides Wasserunternehmen. Wie gesagt, Freunde, erhaltet mich für ein Unmensch. Für mich ist es einfach Business. Und dann auch für Dividende, China Water, Fair Group. Das Ding, Penny Stock Aktie, 50 Cent das Ding. Wirklich, Golden Pocket, Kusshand, butter ich aktuell Unmengen rein. Beziehungsweise, Frau buttert da Unmengen rein. Den Penny Stock habe ich noch nie mich auseinandergesetzt. Und 50 Cent und gibt immer 2 bis 3 Cent Dividende im Quartal. Denke ich mir, ist voll okay. Bin ich zufrieden mit. Daher ist der noch einer meiner Top Calls. Ansonsten, wie du auch schon sagtest, Uran habe ich Kameko im Portfolio und Uranium Energy. Auch einfach, weil Atomkraftwerke werden boomen. Paypal bin ich drin. Gas und Öl bin ich auch wieder drin. Business. Winter wird kommen. Irgendein harter Winter wird kommen und dann tut das Ding gut. Das ist einfach. Weißt du, was die Menschheit halt auch braucht. Natürlich kann man sich da jetzt wieder drüber streiten. Oh, die investieren in solche Sachen rein. Aber wenn wir es nicht tun, andere machen es auch. So weißt du, um das mal auch so ein bisschen klarzustellen. Das ist halt so. So kannst du das aber nicht rechtfertigen. Der da drüben hat jemanden umgebracht. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Das gilt argumentativ für mich nicht. Aber das ist Business. Ja, bei dem Argument bin ich wieder dabei. Was du privat machst, ist was anderes. Aber businessmäßig sehe ich das einfach so. Ich meine, guck dir die ganzen Global Green ETFs an oder so, wie die abgestürzt sind. Und jeder hat gesagt, oh, da musst du rein. Öko und was weiß ich was. Die Leute, die da rein investiert haben, waren nicht so geil. Ja. Deswegen, man sollte seine eigene Meinung vielleicht, egal wie man jetzt Umweltthema und sowas sieht, sollte man bei Business ein bisschen ausschalten, bin ich der Meinung. Also, so einfach ist es dann doch nicht. Allein die ganzen Chartverläufe und so. Wir wissen, gefühlt bis auf Deutschland und sowas, Öl, Gas und sowas. Auf der ganzen Welt braucht man das. Es ist egal, was. Man braucht es. Und deswegen steigen die Dinger auch. Das ist halt einfach so in den letzten Jahren, Jahrzehnten und sowas. Und da wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft wenig dran ändern erst einmal. Deswegen Business und Privat eindeutig komplett trennen. Das gilt für alles. Ist so. Aber ja, krass, dass du da mehr in Einzelaktien drin bist, anstatt in ETFs. Aber gut. Ja. Gibt halt auch ein bisschen mehr Rendite auch möglicherweise, ne? Die Einzelaktien, je nachdem, wie das Unternehmen halt performt. ETFs wird halt immer ziemlich viel aufgeteilt. Ist halt auch ein bisschen sicherer, wenn man weniger Volatilität mag, ne? Ja, sagen wir mal, Uran hat locker über 100% auf jeden Fall gemacht. Der hier hat sogar weit über 100% gemacht. Ne, auch knapp 100% ist okay. So, von daher, ich glaube, da tut sich nicht viel. Aber ich gehe da so ein bisschen nach dem, was Warren Buffett gesagt hat. Kauf von dem Unternehmen die Aktien, die du gerne selber besitzen würdest. Und dann gucke ich mir den Chart dazu an. Passt das? Sacke ich das Ding ein? Ist da kein Sommer- oder Rindscher-Schlussverkauf, sacke ich da nicht ein. Ja, Chartanalyse ist da nicht verkehrt. Ist einfach so. Das ist nochmal ein bisschen, wer sich mit Chartanalyse natürlich auskennt, einfach nochmal über den Chart drüber schauen und dann möglicherweise da nochmal sein Invest überdenken oder halt eben dann wirklich rein investieren. Also man kann das gut verknüpfen, bin ich der Meinung. Ist auch der Grund, warum ich in Paypal rein bin damals. Und dann auch nochmal nachgekauft habe. Also das sind so für mich einfach, ich gucke mir nie, hast du dir schon mal Quartalszahlen angeguckt? Nö. Ich auch nicht. Noch nie. Haben die mich letztens sogar gefragt, wir hatten drüber gesprochen und ich hatte null Plan. Haben die mich richtig hops genommen, die Leute? Ich bin da auch komplett, ich weiß, dass Tesla heute seine Zahlen liefert, da bin ich mal gespannt. Aber da habe ich auch schon vorher Chartanalyse mal gemacht und bin gespannt, ob das dann auch wirklich so eintritt. Weil Tesla ist auch so für ein Ding, mich interessieren im Endeffekt die Autos überhaupt nicht. Ob die gekauft werden oder nicht, mich interessiert dann nur der Chart und danach werde ich dann auch einsteigen. Ja, ich bin long unterwegs, aber es ist eine richtig miese Position bei mir. Ja, ich hoffe so auf 100 bis 110 Dollar, irgendwo die Preisregion, um nochmal einzukaufen. Das wäre übel, für Elliot wäre es übel und für meine Analyse, aber unterstütze ich da unten, kaufe ich auch nochmal nach. Wäre eine Möglichkeit. Also danach würde ich das auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, beenden wir jetzt erstmal die Folge, weil wir jetzt eine halbe Stunde haben und wir machen jetzt eh gleich nochmal eine Q&A-Folge. Oder hast du noch was? Nein. Okay, gut. Nee, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören. War heute eine sehr investmentreiche Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Krypto und Aktien. Aber gut, es interessiert natürlich auch viele da draußen. Einerseits, wie natürlich unsere Portfolios sind, was wir für Tipps geben können, möglicherweise auch. Und ansonsten, was lachst du da schon wieder so? Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich habe nur Schwachsinn im Kopf, mach weiter. Nee, auf jeden Fall, lasst gerne überall ein Like da, abonniert unsere YouTube-Kanäle, sein und meinen natürlich auch. Lass ein Like da. PS, verlinke mich, du Peller. Ich verlinke dich die letzten Male immer. Also das brauchst du mir nicht unterstellen. Ich verlinke dich. Nicht mehr. Ja, ja, ja. Instagram und sowas. Ein Repost. 4 zu 0 für Puzzles. Halt die Klappe. Nein, ich verlinke dich natürlich. Ich sitze hier und lache mich kaputt, Freunde. Das ist nicht ernst gemeint. Das ist einfach Spaß. Lasst uns auf jeden Fall überall ein Like da, teilt den Podcast und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und damit würde ich sagen, das letzte Wort geht wie immer an dich, René. Leute, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Genießt die Zeit. Denkt daran, euch ein bisschen selber weiterzuentwickeln, euch selber ein bisschen zu pushen. Genießt aber auch ein bisschen Auszeit. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Boink, Flipp. Boink, Flipp.